Herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal Bitcoin-Trading.de. In dem heutigen Video analysieren wir den aktuellen Bitcoin-US-Dollar-Chart und wir besprechen die neuesten Bitcoin-News und On-Chain-Daten. Also bleibt dran, es wird wie immer sehr informativ. Wir befinden uns auf dem aktuellen Bitcoin-US-Dollar-Wochen-Chart und wie ihr sehen könnt, die letzte Wochenkerze, die auf den heutigen Tag geschlossen wurde, hat es geschafft, über 60.000 Dollar zu schließen. Diese Wochenkerze haben wir uns ja in dem letzten Video hier nochmal genau angeschaut. Wir haben gesagt, wir achten eben genau hier auf den Candy-Cloth, wenn wir es schaffen, über 60.000 Dollar zu schließen, wäre dies ein starkes Signal, ein Bulli-Signal, da wir es dann schaffen hier, das vorherige Allzeithoch auf keine Close-Basis hier aus dem Mai als Support zu bestätigen. Ihr seht, hier haben wir diese Zone mehrfach angetestet, wir wurden abgelehnt, das heißt, hier war diese Zone Resistance und jetzt haben wir es geschafft, diese Zone durch die aktuelle Wochenkerze als Support zu bestätigen, was eben ein klares, bullisches Stärkesignal ist. Hätten wir unter den 60.000 Dollar geschlossen, wäre die Wahrscheinlichkeit deutlich höher gewesen, dass wir nochmal eine Korrektur in dem 50.000 Dollar Bereich sehen. Dazu haben wir ja hier das Hoch mit dem letzten Tief verbunden und haben gesagt, eine mögliche Supportzone wäre das 0,5 bis zu dem 0,6 auf Ibonacci Tracement Level, also hier 56.000 Dollar bis 53.000 Dollar. Wir haben gesagt, selbst wenn wir bis hier runter abfallen sollten, wäre dies kein Problem, da wir hier immer noch ein höheres Tief formen würden, somit eben immer noch in einem Aufwärtstrend wären und dann die Möglichkeit hätten, hier von 56.000 Dollar das nächste Hoch bei 70.000 Dollar zu formen. Das heißt also, selbst die Korrektur wäre immer noch kein Problem gewesen, aber da wir es eben jetzt geschafft haben, über den 60.000 Dollar zu schließen, ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir wirklich nochmal runterkommen, bis auf 55.000 Dollar deutlich geringer. Wenn wir noch einen kurzen Klick auf den Lux-Algo-Wochenstart schauen, hier seht ihr auch, wir haben seit dem 4. Oktober hier nochmal ein Kaufsignal, ein Strongsignal, das bedeutet also ein Kaufsignal in Richtung des überliegenden Trendes. Der überliegende Trend ist Long und sind hier diese Strongsignale eben auch Longsignale in Richtung des überliegenden Trendes. Wenn wir hier ein Sellsignal haben, das bedeutet einfach nur, dass es ein Verkaufssignal entgegen der Richtung des überliegenden Trendes ist. Diese sollen einfach nur potenzielle Tops und kurzfristige Trendwänden vorhersagen. Auf jeden Fall ist hier der Trendtracer auch wieder grün. Das heißt also, laut Lux-Algo ist hier auf Wochenbasis die Wahrscheinlichkeit höher, dass wir in den nächsten Wochen Richtung 70.000 und 80.000 Dollar steigen, als dass wir jetzt, wie es einige Bären noch erwarten, nochmal runterfallen Richtung 40.000 oder gar 30.000 Dollar. Jetzt wir filmen es auf dem Bitcoin-US-Dollar-Tagesstart und ihr könnt sehen, unsere grüne Supportbox, genau der untere grüne Rand hier bei 59.700 Dollar hat als Support gehalten. Wir haben sie ja zweimal mit diesen zwei Tageskerzen hier am 23. Oktober als Support angetestet und sind jetzt hier nochmal aufgestiegen auf aktuell 62.800 Dollar. Ihr seht also auch hier konnten wir die Resistance auf dem Tagesstart jetzt als Support bestätigen, was auf jeden Fall auch hier auf dem Tagesstart ein bullisches Signal ist. Insgesamt wisst ihr ja, das haben wir im letzten Video besprochen, befinden wir uns hier immer noch in einem Aufwärtschannel. Davon muss ich hier kurz den logarithmischen Chart aktivieren. Wir können hier die Tiefs miteinander verbinden und auch hier oben drüber noch die Tops miteinander verbinden. Da seht ihr, dass wir einen Aufwärtschannel haben. Und auch hier gilt dasselbe wie auf dem Wochenchart. Selbst wenn wir hier nochmal eine Korrektur sehen sollten, runter in Richtung 50.000 Dollar sogar im schlimmsten Fall, wäre das hier immer noch ein höheres Tief. Das wäre also somit immer noch ein Aufwärtstrend. Der Aufwärtstrend wäre erst gebrochen, wenn wir unter das letzte Tief, also hier unter 40.000 Dollar fallen sollten, was ich persönlich als sehr unwahrscheinlich ansehe. Und wir hätten eben dann hier von 50.000 Dollar die Möglichkeit nochmal, die nächste Aufwärtsbewegung Richtung 70.000 Dollar zu dem oberen Rand zu sehen. Somit hätten wir dann hier auch noch eine Abfolge von höheren Hochs. Und der Aufwärtstrend ist absolut intakt. Ebenfalls, wenn wir uns jetzt hier noch kurz den RSI anschauen, da seht ihr auch, dass wir nochmal langsam nach oben ziehen. Ihr seht, der stochastische RSI ist runtergefallen, hat jetzt hier nochmal einen bullischen Kurs. Diesen müssen wir noch bestätigen. Das heißt, wir müssen noch über das 20-Level steigen. Erst dann ist hier der stochastische RSI-Kurs bestätigt. Und das haben wir auch in dem letzten Video besprochen. Wenn ich hier nochmal kurz das Video laufen lasse. Hier habe ich auch gesagt, wenn der RSI nochmal nach oben zieht und wir dann einen bullischen Kurs haben, könnte dies der erste Hinweis darauf sein, dass der nächste Breakout in Richtung 70.000 Dollar eingeleitet wird. Ihr seht also, der RSI zieht nach oben. Wir haben jetzt hier bald den bestätigten Lohastischen RSI-Kurs. Und das könnten hier dann jetzt schon die ersten Warnzeichen sein, dass es jetzt nochmal hoch geht Richtung 70.000 Dollar. Was man hier natürlich auch sagen muss, der RSI wird dann hier höchstisch auf 85 bis 90 ansteigen. Das heißt, wir sind hier dann im stark überkauften Bereich. Wenn wir hier in die Vergangenheit schauen, seht ihr, wann immer wir hier wirklich hoch auf 90 bis 85 auf dem Tagesstand, hier auf dem RSI ansteigen, ist das jetzt schon ein Warnsegnal. Das ist zum Beispiel hier. Hier waren wir bei 90 und hier kam dann auch die Korrektur. Ihr seht, hier waren wir bei 85 und hier kam dann auch die Korrektur. Das heißt also, wenn wir dann jetzt Richtung 70.000 Dollar ansteigen, der RSI hier auf 90 zieht und der stochastische RSI dann auch nochmal hier oben ist, dann rechne ich auch damit, dass wir dann langsam nochmal größere Korrekturen von 20% und höher sehen werden. Was eben aber auch absolut gesund ist. Denn auf dem Weg nach oben möchten wir regelmäßig Korrekturen im Ausmaß von 10, 20, 30% sehen. Genauso wie wir das von 10 auf 60.000 Dollar gesehen haben. Hier hätten wir ja auch mehrere 10 und 20% Korrekturen. Denn wenn wir dies nicht haben, dann geraten wir zu schnell in eine Blase und dann werden wir einfach ein zu schnelles Blow auf Top erreichen und dann nochmal einen größeren Crash. Deswegen ist es gesünder für den Markt, wenn wir auf dem Weg nach oben regelmäßige kleinere Korrekturen zwischen 10 und bis zu 30% sehen. Kommen wir jetzt zu den Bitcoin-Onstand-Daten und hier haben wir eine sehr interessante Grafik von Kim Jong-Joo. Das ist der CEO von CryptoQuant und dieser hat hier das Kauf- und Verkaufsvolumen auf den verschiedenen Börsen dargestellt. Und was wir hier sehen können ist, dass bei den 60.000 Dollar hier immer wieder Bitcoin aufgekauft wurden. Insgesamt im Wert von 840 Millionen Dollar. Das zeigt uns also, die 60.000 Dollar ist hier ein starkes Support-Level und wurde hier höchstwahrscheinlich genutzt von größeren Anlegern, um hier nochmal Long-Positionen aufzukaufen. Das unter anderem wird wahrscheinlich auch der Grund sein, warum wir es geschafft haben, eben hier auf dem Wochenstart die 60.000 Dollar-Zone als Support zu halten, da diese eben hier von größeren Playern verteidigt wurde, beziehungsweise genutzt wurde, um Long-Positionen aufzubauen. Insgesamt können wir auch sehen, dass von normalen Exchange Bitcoin auf Derivate-Exchange verlegt werden. Das bedeutet also, es sieht ganz danach aus, als würden sich jetzt hier große Wale darauf vorbereiten, Long-Positionen aufzubauen, um das erwartete zweite Peak unseres Bullwands gehebelt mitnehmen zu können. Ihr seht hier unten die Grafik und wir sehen, wann immer eben verstärkt von normalen Exchange Bitcoin verlagert wurden auf Derivate-Exchange, dass wir dann hier drauf hin in den nächsten Wochen langfristig eben einen Aufwärtstrend gesehen haben. Und ihr seht auch hier aktuell ist das Verhältnis nochmal am ansteigen und könnte eben auch bedeuten, dass die Wale der zweite Peak jetzt erwarten. Sie sich mit Long-Positionen darauf vorbereiten, um eben dann den Anstieg gehebelt über Derivate mitnehmen zu können. Ebenfalls sehen wir auch, dass das Open Interest der 7E Futures extrem stark angestiegen ist. Ihr seht von Ende September von 1,5 Milliarden Dollar auf aktuell knapp 5,5 Milliarden Dollar, also einen Anstieg von rund 4 Milliarden Dollar, was 265% sind. Maßgebischer Treiber dafür waren natürlich die 7E Future ETFs. Aber das zeigt uns momentan einfach auch, wie groß das institutionelle Interesse an Bitcoin ist. Und dieses Interesse wird höchstwahrscheinlich in den nächsten Wochen und Monaten noch weiter ansteigen, denn wir sehen jetzt auch, dass nächste Woche an der New York Stock Exchange schon der dritte Bitcoin Futures ETF von FANEC live gehen wird. Und ebenfalls haben wir hier auch noch eine sehr interessante Aussage von Michael Saylor. Er sagt, dass jetzt 218.000 Finanzberatern in den Vereinigten Staaten es ermöglicht wird, für ihre Kunden in Bitcoin zu investieren, eben über die Bitcoin Futures. Diese Finanzberater verwalten insgesamt ein Vermögen von 110 Billionen Dollar, was eben jetzt potenziell in Bitcoin bewegt werden könnte. Natürlich wird hier nicht die ganze Summe irgendwie in Bitcoin fließen, das werden nur kleinere prozentuale Anteile sein. Nichtsdestotrotz handelt es sich hier um große Jahrenbeträge. Grund, warum die verschiedenen institutionellen Investoren, vor allem und Finanzberater, eben Futures bevorzugen, ist eben, da sie kein technisches Know-how wissen müssen, wie man Bitcoin verwaltet, wie man Bitcoin kauft und sie brauchen eben auch kein Custody Service, da es einfach nur Papier-Bitcoin so gesehen sind, die ja dann von der jeweiligen Börse verwaltet werden. Zudem gibt es hier auch noch eine sehr interessante Umfrage von Bitwise Asset Management. Diese haben hier verschiedene Finanzexperten und Berater befragt und dort haben 81% der befragten Finanzberater angegeben, dass in dem letzten Jahr von Kunden auf Bitcoin-Investments angesprochen wurden. Da seht ihr also auch hier nochmal, wie hoch das Interesse an Bitcoin unter den verschiedenen institutionellen Investoren ist. Kommen wir abschließend noch zu der On-Chain-Preisanalyse von Plan B. Diese hat ja hier im Juli schon die Preise für August bis Dezember vorhergesagt. Im August für 47.000 Dollar, 1 Bitcoin, September 43.000 Dollar, Oktober 63.000 Dollar. Soweit hat er hier wirklich schon sehr präzise die Preise vorhergesagt. Ihr seht, für November sagt er 98.000 Dollar vorher und für Dezember 135.000 Dollar. Und man muss sagen, hier sind die Floor-Preise, also so gesehen die Worst-Cased-Preise. Das bedeutet also, diese Preise können noch deutlich überschritten werden laut Plan B. Und wenn wir jetzt hier aktuell sein On-Chain-Preismodell anschauen, dann seht ihr, dass wir hier oben nochmal einen roten Punkt kreiert haben. Solch einen roten Punkt kreieren wir immer, wenn wir auf ein neues All-Time-High-Niveau ansteigen. Was hier auch interessant ist, wenn wir uns die vergangenen roten Punkte anschauen, seht ihr immer, dass wir hier mehrere in Folge hatten. Also so gesehen immer wieder einen bullischen Trend, einen bullischen Aufwärtstrend. Das war hier so im ersten Peak 2020, aber auch ihr seht hier im Bull-One 2017. Das bedeutet also, laut Plan B werden wir jetzt mehrere dieser roten Punkte nochmal hintereinander sehen, die uns dann auf ein neues Allzeithoch, höchstwahrscheinlich im sechsstelligen Bereich, in den nächsten Wochen und Monaten bringen wird. Das war es schon wieder mit dem heutigen Video. Wenn dir dieses Video gefallen hat und ich dir in diesem Video ein Mehrwert bieten konnte, würde ich mich extrem freuen, wenn du mich jetzt kostenlos unterstützt und meinem Kanal ein kostenloses Abo darlässt und die Glocke aktivierst und auf alle stellst, sodass du immer eine Benachrichtigung erhältst, wenn ich auf meinem Kanal ein neues Video uploade. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit.